so die sind eh undankbar meistens sehr schön knochen bockstock ich will nichts von euch ich will nur das herz wir machen eine welt und ich weiß sehr gut wie gefährlich es sein kann zu zweit ich denke wie groß hatte ich diese schmecken für die gefahren strecken hallo gibt mir was gibst du mir was ja wir haben jetzt schon plötzlich von bevor dann ist noch eine schwester schuld wieder nach hause und wenn wir noch soviel von namen und da war ein stück nächstes mal dass ich liegen kann man da oben ist der süße der kleine schnuckelchen was niss wenn der system so one hit killer ein stall die jungen kunden ja der die engel schinger zeichnen wertschätzung und ja 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 ich weiß bescheid wir müssen eher hoch deswegen mich auch im weg doch bin ja 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 also kaufen was hast du denn schönes holzpfeiler ja okay passt so schön haben wir schon ein Pferdchen? Pferd Esel ja der hat auch eine Quest alles Quests hier ach danke Zeug ist das die vorne die Stahl Prüfung hm ja wo ist das denn jetzt? ich bin der Blinde so hier bestimmt alles klar da da so ich geh da mal rein und dann kurz Pause Klo und so zack was gibt's hier? oh nein obwohl eigentlich geht die na gut na gut ich geh mal kurz in die Pause also bis gleich so hat ein bisschen länger gedauert aber ist ebenso Kakofant war am Start dann machen wir das hier mal eben gut hallo hallo willkommen zurück und hallo sound x teen so 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 wo was mach ich denn? oh ich musste gar nicht das war der falsche Schrein den ich im Kopf hatte was mach ich denn was mach ich denn? was mach ich denn? so so et oh nice hm ein Ritterschwert hm so puh sa weg ist er mhm Metallkugel Ah jo, stimmt, ja, 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 jetzt wird es das Ja, 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 danke Ach ja Vielen Dank Ja, stimmt, irgendwie sowas war da auch Ich erinnere mich auch da dran Danke, danke Ja, manchmal reicht so ein kleiner Ah, ein Stupser wieder So, Kaffee Kande ist gleich schon wieder leer Zeichne Bewährung Ja, 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 komm Na, jetzt sieht man es ja 15 Schreiner bis jetzt nur Oh, ich muss ja noch Heute Heute ist ja Kaninchen-Time Muss ich gleich auch noch machen Aber das dann Offline natürlich Oh, wer bist du denn? Ein Eldin-Strauß Ach, da oben ist die Brücke Mal so ein bisschen von da oben rüber Oh, hallo Entschuldigung Fauchtes Hühnchen Also von da Na egal, wir haben ja schon Wieder einiges geschafft Finde ich zumindest Ich wollte noch die Live-Reactions Wie es mal so alte Videos Vom Kanal mal gucken Das mache ich gleich noch Will nach Ja, passt Kommt man jetzt hier rüber Oder ist das jetzt wieder mit einer Schlucht verbunden Oh nein Blitz, 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 Dings Hau ab Oh, ich bin auch unschlüssig Gucken, was uns halt Auf den Weg kommt Was halt passt Ich habe da jetzt keinen großen Plan Im Endeffekt kannst du ja den hier machen Weil der am nächsten ist Aber Beim letzten habe ich zum Beispiel Dann erstmal Rivali gemacht Also Ne Wie heißt der? Van Medo oder so Hey Hast du das Spiel Damals eigentlich auch schon gespielt Was für eine Wildsau Entschuldigung Muss mal wieder regnen Eine schöne Schleichling Sehr schön Mit DLC oder ohne Das ist ja die Frage Weil DLC ist ja schon Fand ich jetzt cool Mit ok Jetzt muss es hier so pinkeln Es regnet Es regnet Es regnet Es hat aufgehört zu regnen So Mir war das am besten Stell bla 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 Ich weiß gar nicht Ich glaube hier Na Ich kann mal da hoch Ah ja das habe ich glaube ich gar nicht gemacht Noch nicht Also wie gesagt Bei dem anderen Speicherstand Fehlt noch Schwertprüfung Genau Und Müssen wir hier lügen 10-15 Crocs Sonst habe ich glaube ich Alles Meine ich Was ich so in Erinnerung habe Eigentlich nur die Crocs im Schloss Also ein paar habe ich Aber nicht alle So Ja ich kann das ja mal Irgendwann mal öffnen Dann können wir mal gucken Wie weit ich da eigentlich gekommen bin Nehmen wir dann Also auch alle Rüstungsteile Habe ich auch komplett ausgebaut Und gefunden Und alles nicht gesehen Das schon Das war aber auch Da habe ich lange Rangesessen Ja haut sie erstmal her Also sonst Oh nein Ich habe mich diese Wichter gedöhnt Jo Hier eskaliert Jetzt mal alles Ein zweiter Spielstand Das kann man ganz einfach machen Moment Das kann ich dir eben zeigen Ist ja eigentlich nichts verwerfliches Hier auf Hauptmenü Einfach einen neuen Sprecherstand Oder einen neuen Account erstellen Und dann geht es einfach mit dem zweiten Spielnamen rein Das war's Und dann öffnest du eigentlich Wenn du das dann nimmst Einfach hier mit Nutzer wechseln Wechselst einfach den Nutzer Und dann hast du einen neuen Spielstand Eigentlich ne Aber was man dazu sagen muss Wenn du online spielen willst Also bei anderen online spielen Sieht das wieder anders aus Da geht nur der erste Account Das ist halt das darüber Wenn du halt diesen Nintendo Club gedöhnt hast Aber wie komme ich jetzt da hoch Wahrscheinlich noch Hier Aber wenn du es nicht hast Ist eigentlich egal Machst einfach nur einen Sprecherstand Und Spielst Also wie du jetzt siehst Haben wir jetzt quasi Drei Stück Ich habe zwei Und Frau hat einen Man kann es halt wechseln Und dadurch dass es bei Aber wenn du die DLC zum Beispiel hast Das zählt dann schon Auch fürs neue Also das hast du ja gekauft Aber wie gesagt Richtige online Inhalte Wie zum Beispiel Keine Ahnung Pokémon Tauschgedön Zum Beispiel Meine ich dann klappt das nicht Soll ich jetzt den Streit machen Ich kann den aber Markieren So Kickflip Es geht mit dir hier Hau ab Ja, er kommt angerannt Hier Vollidiot Oder ich bin idiot Sehr schön Ja Das habe ich auch gesehen Es gibt einige Sag mal Bugs und Glitches Wo das funktioniert Aber Das ist nicht so meins Aber wenn du zum Beispiel Jetzt einen neuen Sprecherstand Anlegen willst Um das Maus zu probieren Dafür ist sowas nicht schlecht Kann auch das ganze Spiel Irgendwie in Halben Stunde Schaffen Oder in 40 Minuten Irgendwie sowas Mittlerweile Mit Bugs Und so Gedöns Au ab Ey Yo Er entdeckt mich Erstmal voll Kann er Ich gehe Erstmal die ganzen Pfeile benutzen Und herz Herzen sind gut Ich brauche später noch alle Ich weiß gar nicht wie viele herzen man hier sammeln muss So gehe ich jetzt einfach da hoch Am besten quer fällt ein Attacke Ja das wäre schön gewesen Habe ich aber irgendwie gesagt Auch erst gedacht Oh nein Aber das kann man auch irgendwie regeln Wenn man den einfach auf den Kopf wirft Meine ich Oder Oder auch nicht Ja schön Kannst du mich beschützen wie du möchtest Die aber auch gelacht Nicht so wie vorhin Ey ich muss doch hoch Und dann Oh nein Da geht es ja gar nicht weiter Ich lache gleich Wenn ich meine Ausdauer nicht brauche Habe ich nicht noch was Oder ich habe schon aufgefuttert Das wird ja jetzt wieder lustig Dann schraubt sie erstmal den Honig rein Tja Wo ist das eben Deswegen Ausdauer Na komm Das hört sich doch schon wieder nach Turm an Weg Sehr gut Oh Oh man Monitor wollte sie ausschalten Ist nicht so Das ist doch nicht umsonst da Hm So Vorsichtig Okay Okay Hm 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 Das war's für heute. So. Ah ja. Kommt man denn da hoch? Ja, glaub schon. So. Stachelbockbogen. Hm. 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 Hier schleimig. Ich glaub ich muss da irgendwie rein. Was ist da? Komm. Tschüss. Ich glaub ich bin jetzt schon ganz gut. Tschüss. Sommetern. Rubin. Tschüss. 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 Auch guter. Oh, da fliegt da. Neu, dieses Schöpfer Da haben wir, oh, wir haben Wir können das ja hier gebrauchen. Wir können das ja hier sehen. Wir können das ja hier sehen. Wenn wir den Turm gemacht haben, dann wäre das schon gut. War es das schon? Ich glaube schon. Naja, schön, schön. Gefällt mir, gefällt mir. Sehr schön. Jetzt fängt es nämlich an, kalt zu werden. Sehr schön. Nehmen wir erstmal den hier mit. Die schraube, schön. Siegastronen Account, Siegastronen wird aktiviert. So, Datenvertragung. Und der Lusttropfen kommt. Ach nee, da Lufttropfen. Da, Lusttropfen. Genau. Na, Mann. Da, Akala. Sehr schön. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Sehr schön. So, Ziel erreicht, würde ich sagen. Also vorläufig. So. Dann ist das unser nächstes Ziel. So. Den haben wir schon. Ach, da war schon Eldin. Ah, jetzt Akala. Schön mit Labyrinth dabei. Und hier oben. Das ist unser Hauptziel. Und hier und da und du. Und hier. Oder da. Eins von den beiden war die Fee. Ich meine hier. Ja gut. Ich würde sagen, ich speichere es erstmal. Mach eine kurze Pause und dann machen wir. Alter, wo nicht die Videos gucken. Gucken wir mal. Wir gucken. Sehr schön. Auf jeden Fall noch mal kurz auf Klöchen. Bis gleich. So. Danke für dein Follow. Jut. Also. So. So. So gesehen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. So. So. Genau. So. Was wollte ich denn jetzt? Irgendwas habe ich vergessen. Glaube ich. Hm. Keine Ahnung. Ich würde sagen. Achso. Genau. Umschreiben. Zack. In just chatting. Gut. Ich guck's mir an. Wer Bock hat, kann mir gucken. Wenn nicht, dann nicht. So. Wie das ist einfach. Die Ahnung. Steht da so. Das ist ja. Alles klar. Müsste eigentlich jetzt funktionieren. Oh Mann. Was man noch machen könnte ist hier äh. Schon hier raus so. Ich weiß nicht. Ja. Tommi hat ein Spiel. Ich glaube kaum. Muss ihn nachher mal drauf anfixen hier. Was hat Sorge. Einfach so ein Spiel zu haben weiß man. Nichts davon zu erzählen. Ja. Das wäre schon fast ein Clip wert jetzt hier. Also hier so. Hey guck mal YouTube. Oh ja. Danke mir auch noch erinnern. Ja? Ja zumindest haben die meinen Kanal schon mal. Und so. Ach ja hier. Charakter auswählen. Ja. So. Der erste. Das ist der ganz normale Soldier. Sag ich mal. Boah. Da Lens. Boah ey ey ich mach dich. Kameraden. Und dann. Anmachen. Oh. Oh, oh, oh! Blablabla 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 Oh, Keine Arme Das ist ein Ripponno. Mach doch nicht so. Das ist ein Ripponno. Es war ein Ripponno. Oh nein. Oh man. Klar. Genau los. So ist es. So ist es. Wie da die Schotten zusammen ist. Ja. Oder Honig. Sehr schön. Macht's gut. Sound X. Viel Spaß noch. Oh man. Oh ja. Jetzt habe ich aber nicht hart gefeuert. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Ripponno. Schöne Techtelmächtel. Ich weiß gar nicht was alle zu sehen in seinem Video. Ich lege durch. Ich lege durch. Sehr schön. Wir brauchen mehr Frauen. 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 Wir müssen mehr Frauen in die Gäste machen. da was ich damals geschnitten habe so schlafen tächtel nächtel in die Pummel oh 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 man 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 naja das freunde aus von tommy aber sie das muss weiß was war war das war war Oh mein Gott. so war damals sehr schön boah wie die da rumknutschen oh man erst mal vorspulen Erstmal was einschütten. Was für eine Möglichkeit zu trinken. W.T.M. Da wird erstmal geknattert. Oh schön. Oh, Chris. Mann, Mann, Mann. Oh. 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 Wir brauchen definitiv mehr Nädchen. Wir brauchen definitiv mehr Nädchen. Oh. 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 Ich habe einen Kuchen. Oh. Ich habe einen Kuchen. Oh. 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 ich rede erst mal selbst auch gut jetzt mache ich nur noch klappbar 1 zu 0 in der ja 13 minuten durch also 14 so eingeschickt sag ich mal auch hier die rasten voll aus bei meiner arbeit auch nicht schlecht da war auch völlig frei da hat ja schalke wieder alles und gleich dort war 1 zu 0 ist digitalisiert hier so ne das läuft oder gibt es jetzt was ist da sancho wurde getroffen von vom schalker block von gegenstand er muss jetzt behandelt werden das geht ja mal gar nicht ein gegenstand gegenstände gegenstände vormann schmeißen habe ich schon mal mit gekriegt da war hier in der woche so wochenspiel so und dann dort entgegen oder freitag abend dort entgegen woche ecke antreten und dann hat er auch noch ein kling kopf gekriegt geblutet wie eine sau aber jetzt ist nicht ganz so schlimm wahrscheinlich ein pfeilzeug und so aber trotz denn das mit einem pfeilzeug in dem kopf das zwirbel erst mal nicht also oha hier also hier so können wir party alarm tor 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 das muss sein hier so richtig schön party darauf erst mal ein kaffee darauf erst mal ein kaffee auch schön ja schön 1 0 dort und das beruhigt doch das ganze was ist damit aber dann also dort man führt gegen schalke 1 0 leipzig gegen freiburg 0 zu 0 frankfurt gegen berlin 0 zu 0 da war ein bisschen das wird auch interessant 0 zu 0 und da bist du da gegen bremen immer noch 1 zu 0 was geht jetzt ab was geht jetzt ab video assistenten hier ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet was da los war oh man okay jetzt wird verhandelt ob jetzt ein handelfmeter für schalke geben soll das habe ich schon vorgespult wirklich okay es gibt elfmeter für schalke 04 wegen hanspiels nach videobeweis oh man das ist derby so muss das sein also das ist irgendwie so in der hand gesprungen oder so ich habe das jetzt nicht gesehen ich guck das jetzt nur auf dem handy damit ich das ja alles so ne schön auf einmal hab und äh handspiel soll das gegeben haben von weigel ich weiß es nicht auf jeden fall und elfmeter für schalke 04 boah es zieht sie aber egal naja das ist derby kann auch sein dass ich ein bisschen zurück hier aber boah auf die südtribüne schönes bild hier süd man könnte meinen ich wäre dortmund-Fan und 1-1 oh überraschung schießrichter gibt jetzt 2 wer läuft an Tor 1-1 so und das in der 18. Minute das das ist schön das ist schön das ist schön ja komm hier für alle Schalker die hier sind das reicht ja ich bin aus dem Ruhrpott und deswegen der derby ne ja 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 also die kommentare zu hören hier was ich so mitkriege sind also gegen äh dem sie sagen auf jeden fall es war kein Spiel dann spiel mir fällt gerade ein eigentlich hätte ich die amoebos noch bei zelda aktivieren können 1 zu 1 derby das ist schön das ist schön oh und und Leipzig führt 1 zu nur gegen Freiburg und das war zu erwarten und schön Shisha ist dran wie ich nur einem Schlauch Nuckel schön follow Ziel das passt jetzt wieder einigermaßen jo jo hmm und hm 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 Wenn ich das jetzt ja auf Live-Reactions mache, vielleicht noch ein paar mehr und mal gucken, kann man ja nicht da alles zucken. Jetzt habe ich mein Handy runtergeschmissen. Ja, hört mir auf. Oh Mann ey. Mati, Mati. Live-Reaction. So. Guck. Lass mich nicht noch gucken. Oha, der Honigdieb ist da. Ja. Und DVB ist noch viel Live-Reactions. Ja, was ist da? Können gleich noch Videoclip gucken. Da. Die, die, die. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber ja, ähm, jetzt ist Dortmund wieder da, wieder reingeschippt, aber ins Auge ist Abschlag von Schalke. Und wie hier, so muss das. So, jetzt gucke ich noch mal. Man sieht einfach nichts, wenn ich hier tröte. Auch schön. Also, sagen wir mal so, ja, es ist ein Handspiegel gewesen, und, ähm, aber die neue Regel ist halt, die ist dagegen gekommen. Jetzt kein Abwehren oder so, sondern, ne, angeschossen quasi, also, Flanke ist irgendwie gewesen, dann so, sagen wir mal auf mich, dann auf dich, und dann folgt er von dich wieder auf meine Hand. Aber hier, mein Licht, finde ich ganz cool. Man erkennt mich doch schon besser als vorher. Sehr cool. Ich habe da ja einen schönen Emo-Dings-Buzier. So, schön. Hurra, hurra, der hohen Kug ist da. Das ist, das war gestern Nacht, äh, das Ding, bei meinen besten Twitch-Kollegen. Besten Twitch-Kollegen? Momomomomo. Aber nicht schlecht. So. 22 Minuten. Läuft. Moomomomo. Das habe ich schon zweit. Moomomomo. So. Die machen das schon. Dede, 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 dede. Hier, 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 wie klingt dann das hier? Nach einer, äh, nach einer, äh, nach einer Flanke? Nachschuss? Ja, weiß nicht, die sind zusammengekratzelt, ne? Also, irgendwie, so, irgendwie, so, Kopfkrieg, oder was? Naja. Top 10, wir lassen's hier nicht runterbringen, wir machen. Partyalarm. Gucken wir mal, was ist denn noch da, kann ich mal gucken. Also, ich werde noch bald ein paar Aufnahmen hier raushauen. Ich hab noch so ein paar Spiele, die hier, Klassiker oder so. Ist schon wieder gelöscht. Windraker. Die sind, auf dem YouTube-Kanal sind die. Schlechte Qualität, meine ersten Scream-Versuche, ohne Ton, ohne allem, also schon Ton, aber ohne, so, ne? Also, so eine Sache. Ah, die liegen immer noch im Boden, da passiert das. YouTube-Kanal, aber ein Solo-Gaming. Da hole ich die 2007, glaub schon. Oh, ohne Witz. Warte mal, werde ich jetzt auch mal eine GD? Das ist schön, Selbstgespräche. Da muss ich mal was ausprobieren. Warum nicht, ne? Da hab ich doch die, was ist das für ein Ding? Ich weiß gar nicht, ob da noch was Spannendes kommt, um wie lange das überhaupt geht. Könnte ich mal nachgucken, wie weit das wirklich geht. Hm. Und dann den einziehen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ne, das funktioniert nicht, schade. Ich wollte den ja... Ah, okay. Schade. nicht ja auf jeden fall noch 11 schalke im vorwärtsmarsch und wirklich gefährlich irgendwie da vorne wurde abgefangen wieder zurück und schalke wieder spielt nach hinten also alles geklärt hier alles alles supi alles toll aber 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 das kollege hat gesagt 4 5 0 das sagen aber mehrere arbeitskollegen ok das ding dauert jetzt voll lange ich kann mal kleine sachen ausholen ich wollte nicht mehr so lange machen eigentlich das geht auch eine stunde komm jetzt wird's krank alles andere davor war normal normal zu spüren er hat seine kopfhaut verloren oder ja fand ich auch aber jetzt die perücke stand ihm richtig gut die sieht gut aus die also die roxy perücke ellie und dann noch ein kleid dazu und dann noch geschminkt platz warum hast du ne maske auf oh mein gott und da liegt ja überall stroh matze was ist los bei dir hm wer ist matze oh ne matze das ist nicht mehr matze das ist bruno oh du siehst alt aus ich war schon überall bruno hat alles gesehen bruno hat alles gesehen bruno hat alles gesehen bruno lass uns zusammen wegziehen wir sind alles alt so also jetzt haben wir beide also wir können jetzt stroh party machen matze hier stroh party stroh party und machst du und machst du er geht kaputt plot twist plot twist er wird hunde töten eieieiei eieieiei zieht anscheinend die leute an vor allem um vier Uhr morgens vor allem um vier Uhr morgens vtf ich hab es ist wache also jetzt ich will helfen ich will helfen ach Ariel die meldenfrau ist wieder da nein das ist die Bärte der Ariel eigentlich kommt er doch mit dem Bart dazu ja stimmt wir brauchen den Bart noch muss der Bart ist das passt ja jetzt nicht doch klar klemm ihn einfach unter die Maske hier ist was los ich spitz wie Sau ey darunter normal vor allem abdancen hier jetzt wäre ich nicht so oha Mache perfekt Richtig schön nehm Richtig schön nehm Richtig schön Richtig schön Richtig schön Ich mag Züge, ja? Ich mag Kekse. Ich mag Katzen. Ey, das ist mein Spruch. Ich mag Katzen. Ey. Das geht so nicht. Das kann man nicht einfach tun. Was denn? Das ist okay. Was ist okay? Ich mag Schokokees. Achso, okay. Du bist so... Ey, aua. Das tut weh. Das tut richtig weh. Wie sie sehen, sehen sie ein... Ja. Wie sie sehen, sehen sie nicht. Ich mag Kekse zum Kaffee. So, was ist los? Kommt einfach vorbei und... Und... Siehste? Der Nächste. Bekommen. Ja, das war auch cool. Das ist mir doch wie... Das hab ich glaub ich schon mal nicht von... Was von gehört, aber... Das Lied selber hab ich nicht gehört. Äh... Ich hab's... Ich muss noch... Ich kann's gleich mal... Die Reaktion, super. Schön. So. Vier Minuten haben wir noch. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Was machen wir denn? Was ist das denn? Die Details... Vierzehn Sekunden. Aber das können wir auch nochmal abspielen. Achso. Okay. Ja gut, ich würde mir Gedanken machen, wenn du jetzt dann... Ja gut, wenn das jetzt schon so rundherum so groß ist, so weit ist... Und das ist dann so, als würdest du jetzt ne Bockbrust in der Hausflur reinschmeißen. Das ist scheiße. Ja deswegen die 12 Wochen ohne. Damit sich das wieder regenerieren kann. Aha. Ich glaub da kannst du demnächst schon mit dem Kopf rein. Ja. Ich freu mich. Ich freu mich. Also wir machen nächstes Mal auf jeden Fall nen Versteck-Stream. Ja siehste, dann hast du jetzt schon mal nen Versteck gefunden. Wir wollen das ja ausprobieren. Mann, Mann, Mann. Äh... Ach komm, fick dich. So. Wer von uns? Ähm, ähm, keiner von euch. Ich, ich tu Panzer fahren. Aha. Jetzt beleidigt sie uns sogar noch. Äh, ich glaub es nicht. Also wenn ich euch beleidigen möchte, dann verwende ich andere... Wow, cool. Wow, cool? Ja, cool. Das ist ne schöne 5-Wort. Wow, cool. Ich hab grad auch geschossen. Und bin auch auch geschossen. Äh... Ohne, ich war ein bisschen wie dein Schwerte, Junge. Schwerte? Boah. Ja. Wahrscheinlich nie. Ja, danke. Nein, ich bin da nie. Nur zur Arbeit gewesen. Einmal hast du erzählt, ne? Eine Woche. Eine Woche. Schmerz, Mann, Alter. Wer kommt da hin, Alter? Und du selbst kamst woher nochmal aus Hagen? Oder was hast du gesagt? Da bin ich geboren. Ja. Einmal bist du geboren. Yes. Jetzt kommen die Reiter. Na toll. Bitte, hilf! Riebe mein Haus. Riebe mein Haus. Riebe mein Haus. Look at my Haus. Ja. Please die. Nee. Dang. Bitte? Ich hab nichts was noch an. Ich hab nichts was noch an. Hallöchen, Puppechen! Ich bin wieder da. Interessiert kein Schwein. Ich weiß. Aber jetzt geht's weiter mit Pokémon Chill. So, komm mal. Und dann end. Oh. Scheiße. Du hast recht. Danke. Zander. Das ist echt nett. Das ist echt nett. Ein Euro. Oh. Du ungroße Feuerball, Junge! BAM! Oh, schön. Vier Stunden rum, ja. Cheers. Scheiße, er hat recht. Mal wieder? Mal wieder. Hier kommt Chini rein. John Cena! Yo. Zack. Name ändern. Oh, ich weiß schon. Fein. Okay, kriege ich hin. Das ist süß. Das ist süß. Lauf doch nicht fürs Auto. Scheiß Kind. Ich muss erst mal. Shisha-Bar. Digga, lass ma Shisha-Bar. Yalla, yalla, hopsasa. Komm, Digga, lass ma Shisha-Bar. Alle Brüder sind schon da. Digga, lass ma Shisha-Bar. Yalla, yalla, hopsasa. Ja, das ist ja schon. Oh. 2 Euro. Auch gut! Du rückerst den Rücken, genau. Na na. Der Matze. Jo. Ich hatte das so verstanden, das Rätsel, dass man alle drei gleichzeitig ausrichten muss und dann passieren tolle Sachen. Ja, aber ich glaube, so kompliziert waren die Rätsel bisher noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Nee. Was macht eine Blondine in der Wüste? Kennst du die Antwort? Kennst du die schon? Ja. Staubsaugen. War's das? Sehr schön. Gut. Das war's jetzt für mich. Ich gehe offline, gucken, ob wir noch hingehen können. Also, bis zum nächsten Mal. Wer wohl nicht lieb. Ach so. Also, danke Kaiser Katakuri für die zwei Bits. Danke an SoundX Team fürs Vorbeigucken. Danke an SanderX für die lustige Unterstützung. Und danke an Hildern für dein Follow. Jo. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Ich gucke noch mal eben, wo wir hingehen können. Ich gucke noch mal eben, wo wir hingehen können. Nee. Das war die ganze Zeit. Doch kann sein. So. Jetzt ist Sound wieder an. Sorry dafür. Wo wir hingehen können. Ich gucke noch mal. Ich gucke noch. Alles klar. Was gut. Ich gucke noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020